Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Hart, ja, okay, nein, ich gehe nicht auf die Rede von Herrn Hart ein. Fangen wir mit dem an, über was wir reden sollen, nämlich den Vertrag von Aachen, die Fortschreibung des Elysée-Vertrages. Als er 1963 die Ursprungsfassung hatte, stand im Mittelpunkt. Das hat der verstorbene Herbert Wehner gesagt, die Konsultation. Adenauer hat ihn unterstützt und hat gesagt, es ist nicht nur die Konsultation, sondern auch das Finden einer gemeinsamen Handlung. Das steht im Mittelpunkt. Adenauer und de Gaulle haben diesen Vertrag geschlossen. Es ist mit dem Bild bezeichnet worden, das heute noch gilt, auch für den Folgevertrag. Der Rosenfreund Adenauer hat gesagt, es ist wie ein Rosengarten. Der Rosengarten ist winterfest, er hält Stürmer aus, er hält auch Trockenheit aus, aber er muss gepflegt werden, damit er Blüten treibt. Also er hält viel aus, das Verhältnis kann auch viel aushalten, aber er muss gepflegt werden. Adenauer und de Gaulle haben den Vertrag geschlossen, gepflegt haben dies andere, Pompidou und Brandt, Chis-Kadestin und Schmidt, Mitterrand und Kohl und Chirac und Schröder. Immer wieder mal Ruhephasen, aber dann wieder die Pflege und neue Blüten und neue Hochphasen. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass Macron und Frau Merkel dies auch pflegen oder wer auch immer künftig regiert, damit es neue Blüten gibt. Wir haben das ja schon gehört, Frau Kramp-Karrenbauer hat hier keinen guten Aufschlag gemacht. Michael Link hat es genannt. Das kann nicht zu einer neuen Blüte führen. Das ist eher, sage ich mal, dann wieder etwas Trockenheit. Und die Freiheiten, die wir mit diesem Vertrag gewonnen haben und jetzt auch weiterentwickeln, sind sehr wichtig. Die Freiheiten haben nämlich gewirkt auf die Europäische Union bis hin zu den Binnenfreiheiten im Binnenmarkt. Die Ursprünge Kohle und Stahl und Atom waren schon in dem bilateralen Vertrag, im Elysee-Vertrag schon der Austausch der Jugend, Anerkennung von Abschlüssen, gemeinsame Ausbildung, gemeinsame Sprachschulung drin. All dies finden wir selbstverständlich auch jetzt im Vertrag. Und Frau Hänsel, dieses Geheimabkommen, was Sie zitiert haben, hat alles das nicht zum Bestandteil, was Sie genannt haben. Die Verteidigungs- und Rüstungspolitik ist ein Bestandteil. Der Elysee-Vertrag 2.0, der Aachener Vertrag, sieht die Angleichung in der Umsetzung des EU-Rechtes vor, sieht die Verteidigungspolitik vor, sieht die internationale Vertretung die gemeinsame vor, sieht sicherheits- und polizeiliche Zusammenarbeit vor, sieht eine gemeinsame Afrika-Strategie vor. Der Austausch der Jugend, die Förderung der Partnersprache, die Zusammenarbeit bei den Hochschulen, die Einrichtung von Bürgerfonds, die Euro-Distrikte, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit dort, die Mobilität, die Sprache, der Umweltschutz, Industrie und Energie. Das ist ein großes Paket. Dies zu reduzieren auf Verteidigung, ist wirklich nicht zulässig. Es ist viel, viel mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dazu trägt die Bundesregierung dazu bei, dass dieses Verhältnis in diesem Vertrag, welcher einen Meilenstein wiederbildet, natürlich der Motor in Europa sein muss. Und Geschichte wiederholt sich. Auf 1963 hatte man Angst, ob es jetzt ein Europa der zwei Geschwindigkeiten gibt. Ob das etwas, eine Konkurrenz zur NATO sein sollte. Das wurde dort genauso beantwortet wie die heute. Nein. Es ist eine Unterstützung. Es ist eine Mobilität. Es soll neuen Schwung geben. Es soll Impulse geben, auch für andere, damit das Europa sozialer den Menschen näher wird. Und das ist das, was wir auch brauchen. Denn, ja, Herr Nachtwächter, Sie sagen es, am besten sind Sie still, wenn Sie hier noch weiter so dazwischenrufen. Der deutsch-französische Wirtschaftsraum wird weiterentwickelt. Wir haben einen Rat von Wirtschaftsexperten, ein Forschungsrat, ein Zukunftswerk, ein gemeinsamer Ministerrat. Wir treffen uns viermal im Jahr. Und die Parlamente flankieren diese Arbeit und kontrollieren sie. Das ist eine große Sache. Das ist ein guter Tag. Ein guter Tag für die Freiheit. Ein guter Tag für Frankreich und Deutschland. Und ein sehr guter Tag für Europa. Glück auf! Ich darf bemerken, dass Herr Kleinwächter Herr Kleinwächter heißt und nicht Herr Nachtwächter. So. Es ist meine Entscheidung, was und wie. Ich kommentiere und nicht Ihre. Und ich habe die Zustimmung von Herrn Kleinwächter dazu körpersprachlich bekommen. Vielen Dank. So. Und jetzt kommt Christian Schmidt als letzter Redner in dieser Debatte. Applaus